Hey, wir sind Aktiengrenzgänger. Wir haben dieses Jahr unser Album Entdeckungstour fertig gemacht, sind noch in der Produktion, wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet und jetzt ist es soweit. Das Album heißt Entdeckungstour, das heißt wir entdecken die Welt, das ist eine Metapher, die wir gewählt haben und darauf sind Songs von unserer Kindheit bis hin zu unserer Jugend, wie wir die Welt wahrnehmen, was für Zukunftslängste wir haben, bis hin, dass wir politisch aktiv sind, dass wir sagen, wir wollen als Jugend Verantwortung in der Welt übernehmen und eigentlich ist das ganze Album der Soundtrack des Wandels, weil wir von uns singen, von uns, was uns als Jungs, was uns als Männer bewegt, was uns als heutige Jugend in der Welt bewegt und das alles, die ganze bunte Vielfalt von Tanz, von Chillic, von Reggae, von Pop, alles gibt es auf unserem Album Entdeckungstour. Also Leute, wir sind hier gerade vor einem Gig, wir haben gleich ein Konzert, die Leute stehen schon draußen und warten, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Jede Spende von euch hilft, egal wie viel ihr geben könnt, wenn ihr jetzt 5 Euro geben könnt oder 2 Euro, ist alles super und es hilft uns alles wahnsinnig weiter. Gerade solche Independent-Produkte müssen irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit den großen Produkten mithalten können, die von irgendeiner Firma gesponsert werden oder so und deswegen brauchen wir die Unterstützung der Community. Ohne euch wird dieses Album nichts. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.